So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke und es ist bei mir gerade 11.34 Uhr. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil um 12 Uhr wollte der Hannes kommen. Wir wollten heute die Großveranstaltung noch gucken vom Wrestling. Und ich möchte natürlich wieder was maxen. Nehme eure Vorschläge ja immer an, in den Max Out Monday folgen. Ich musste gerade noch ein Unboxing aufnehmen und ein Energy Taster. Ich bin schon wieder total fertig mit der Welt. Ich nehme eure Vorschläge über an, bei Max Out Monday und gucke dann, ob ich das maxen kann. Eure Lieblings-Pokémon, ob das mir möglich ist. Aber zwei titelgebende Pokémon möchte ich heute natürlich maxen. Da es ja jetzt die ganze Woche Mega Latias und Mega Latios Raids gab. Mein Ziel war beide Ende der Woche in 100% auf Level 50 zu ziehen mit Mega Entwicklung, Over the Top, alles hin und her. Meine 200er habe ich ja schon gehabt und ich möchte euch jetzt mal zeigen, dass ich mein Ziel, was ich hatte, natürlich wieder erreicht habe. Wir fangen mit Latias an. Latias, also das Rote, möchte ich euch einfach auch zeigen, wie das hier aussieht in Shiny. Shiny ist das ja orange statt rot. Wir haben auch die 9999 Latias Mega Energie voll. Das möchte ich kurz mal mega entwickeln, dann noch ein bisschen Mega Energie verbrauchen. Dass ihr einfach mal die Animation seht, dass ihr mal seht, wie aus diesem orangen Flugzeug plötzlich ein grünes Flugzeug wird mit 4790, was schon richtig brutal wirkt. Aber das ist ja nicht das Maximum. Das Maximum haben wir erst, wenn wir dieses entwickeln, weil das ist ein 100er. Das müssen wir jetzt maxen auf 3900. Das wird jetzt mega entwickelt. Und dann seht ihr auch das Maximum, was es rausholt. Mit 5400 WP ist das auf jeden Fall sehr beeindruckend erstmal. Ob es nützlich ist, ist erstmal die zweite Frage. Das also 100% Mega Latias mit Best Buddy Badge natürlich dran. 5428. Das habe ich am 14.02.2021 gefangen. Ist also noch ein altes. Aber 100% sieht gut aus. Und wie viel wir jetzt hier im Pokédex haben von den Mega Latias. 142 gesehen. 63 gefangen. Ich glaube, jedes, was wir entwickeln, zählt bei gesehen einfach wieder dazu. Sodass das einfach so eine fette Sparte da ist. Also keine Ahnung, wieso sonst hier diese krassen Unterschiede kommen. Wir können uns generell aber mal angucken. Die Statistik von Latias allgemein. 309 gesehen. 161 gefangen. Ein Glücks. Null erlöst. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Latios. Latios. Nehmen wir auch wieder ein Shiny, was wir haben. Das höchste Shiny entwickeln das einmal Mega. Statt Blau ist das hier Grün. Und das Grüne wird sogar noch grüner, sozusagen. Sieht aber halt als Shiny genauso aus, wie das andere dann in der Mega-Entwicklung. So wie die Mega-Entwicklung alleine so auch so aussieht, wie sie aussieht. Kommt hier auf 4998. Ähm, 19, der Vetter 2019 ist auch schon älter. Und jetzt werden wir dieses nehmen, weil das ist das Hunderter. Das wird jetzt gemaxed. Das kommt jetzt schon auf 4.310. Und hier werden wir jetzt die Mega-Entwicklung durchführen. Und so kommt das Ganze auch auf über 5.000, mehr als 5.400. Es kommt auf 5.661. Und das ist das Pokémon, was momentan die höchsten WP erreichen kann. Ähnliches Letterking, nicht mehr auf Platz 1. Ist auch vom Februar 21. Also das war eine gute Zeit. Ich musste diesmal wirklich nur die XL-Bonbons zusammensuchen. Das vielleicht als Titelbild, das als Screenshot hier rein. Wir haben unser Ziel erreicht. 5.661. Jetzt aber... Ach nee, warte mal. Die Statistik muss ich ja auch noch zeigen. Latias, Latios. Also für die Leute, die das interessiert. Bei der Mega-Entwicklung steht hier nämlich 162 gesehen und 83 gefangen. Und generell bei Latios steht einfach da 356 gesehen, 157 gefangen. Auch ein Glücks-Null-Erlöste. Jetzt kommen wir aber zu euren Vorschlägen. Weil ich schon zwei gemaxed habe. Jetzt nehme ich noch vier Vorschläge aus der Community an. Ich gebe hier wieder ein 4-Sternchen. Jetzt muss ich das wieder suchen, weil das ist wieder das iPhone. Damit kenne ich mich nicht so aus. 4-Sternchen-Und. Jetzt kommt es aufs Und an. Das ist das Video. Ich habe nach unten gescrollt. Dass ich wirklich die Kommentare... Ich sehe das ja hier vor 5 Tagen. Vor 4 Tagen. Also das ging immer der Reihenfolge nach. Und der Älteste ist hier vor 6 Tagen. Maurice, war sie. Vielleicht hast du ja eins von denen noch nicht auf Max. Grill-Cheater-Cleopada. Guck mal da. Oder echt na toll. Grill-Cheater-Cleopada. Müssen wir jetzt mal schauen. Was ich doof finde, immer wenn ich zurück in die App gehe, muss ich erst wieder den Ton einmal ganz ausmachen. Und wieder eins hoch. Dass der so bleibt, wie er gerade ist. Grill. Grill-Cheater. Ist noch nicht auf Max. Können wir also Maxen auf 2657. Ist auf jeden Fall auch ein Hunderter. Kriegt jetzt auch hier diesen Tag dran mit Level 50. Den habe ich übrigens gerade bei Latias und Latios vergessen. Da also ein Vorschlag von Maurice jetzt schon dran war, werden wir die anderen ignorieren. Er kann sie aber gerne nochmal unter dieses Video schreiben, um es vielleicht wieder in die nächste Folge zu schaffen. Henry Herford. Mein Vorschlag für die kommende Woche. Alola, Knogger oder Kamei Ruppt. So, wir gehen wieder zurück. Und dann platzt es wieder ins Ohr. Einmal Ton aus, einmal Ton an. Wenn ihr wisst, wieso das so doof ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kamei Ruppt. Kamei Ruppt haben wir hier. Ist auch nicht auf Max. Können wir aber auf Max machen. Machen wir auch jetzt auf 2479. Sogar auch Best Buddy. Ich habe damals aus irgendeiner Forschung in einem Video eins bekommen, wo ich mich auch sehr gefreut habe drüber. Kriegt auch jetzt hier den Tag, Run Level 50. So. Nehmen wir das nächste von Jena. Hier mal ein paar Vorschläge. Fletiamo, Matrifol, Basho, Flunschlik. Gucken wir zuerst nach Fletiamo. Und dann vielleicht nach Matrifol. Fletiamo, Fletiamo. Das ist natürlich wieder hier das Hässlichste. Das ist schon auf Level 50. Was hat sie als zweites gesagt? Jetzt muss ich nochmal gucken. Matrifol. Matrifol, Matrifol, Matrifol. Matrifol, Folicon, Strawickel. Ich habe kein hundertprozentiges Matrifol. Mir fehlt also noch ein Strawickel für die Familie, aber ich habe auch keine XL-Bomombs, wie ich gerade sehe. Sehr interessant. Matrifol noch nie gehört. So. Was haben wir sonst? Barschuft, Flunschlik. Da kann man noch gucken, ob das passt. Barschuft, Flunschlik, Barschuft. Ja, wir haben hier blau, wir haben hier rot. Wir haben blau, wir haben rot. Ich finde das rote eigentlich sogar cooler vom Design her. Ich sage, rote Streifen und die roten Augen. Das, naja. Ne, wir nehmen mal das und pushen das. Das müsste ja genau 2363. Die müssten ja beide genau gleich hochkommen. Machen wir auch Level 50 dran. So. 2300 ist das jetzt auch dasselbe. Genau, das ist genau dasselbe. So, dann hat Genaya auch einen Vorschlag gehabt. Einen brauchen wir noch. Hier ist noch SL. Brigaron, Pumpkin, Ursaring. Brigaron, Pumpkin, Ursaring. Brigaron, Bri, Bri. Brigaron haben wir noch nicht gemaxed. Können wir maxen? Ich hätte gedacht, der war schon. Dann wird der einfach jetzt gemaxed. Und dann ist das das vierte Pokémon aus den Vorschlägen, dass wir heute wieder sechs Pokémon haben zu maxen. Und damit ist es theoretisch schon vorbei. Kriegt er hier noch den Level 50 Tag dran. Ein Level 50 Brigaron auf 3340. Äh, Latias, Latios. Da will ich trotzdem jetzt kurz die auch noch dran machen. So, der kriegt hier noch sein Level 50 Batch. Dann der Lat. Achso, der ist ja auch mit dabei. Und zwar hier drüben der, weil der auch 50 ist, kriegt der jetzt auch hier den Batch dran. Das ist so ungewöhnlich mit dem iPhone. Das ist, die Tasten sind anders. Der Bildschirm ist teilweise anders. Dann ist das mit dem Ton, dass es den Ton immer direkt auf den Kopfhörer überträgt. Das lenkt so dermaßen ab. Ich fühle mich so unwohl dabei. Ja? Hier Max Out Monday noch aufzunehmen. So, die anderen Vorschläge kann der SL gerne nochmal in die Kommentare schreiben, die es jetzt nicht geschafft haben in die Sendung. Wir gucken auch nochmal hier. Grüße gehen raus noch an Marc Niemals. Ähm, dann Grüße an den Benjamin Engel. Grüße an Lukas Schumacher. Grüße an Luka Haschler. Grüße an Ralf Köhler. Hast du schon Zerude? Zerude bin ich immer dran, ein bisschen Sonderbomben, um es reinzustecken. Grüße auch an Anonym. Grüße an Every Let's Play. Grüße an CG. Grüße an Lennart. Ich gucke nur durch, ob auch noch was anderes dasteht, außer Max Out Monday Vorschläge. Moin, moin, hallo, hat auch noch kommentiert. Doris Prokop hat kommentiert. XD Playing hat kommentiert. Bisa Fan Enzo. Azubi The Postman. Lil Coke, ja gut, der wollte jetzt was anderes. Wummer, Momo. Wummer wäre cool. Schreibt mal Wummer in die Kommentare. YouTube DJ hier auch noch. Miran, Iskan, Eisjad. Leon Dai. Ja, das war leider schon Thomas Borgenhagen. Chill Boris, genau. Könntest du Shiny Rai Quaser, Chill Boris nennen? Wäre cool. Wegen sowas gucke ich da immer durch, weil solche Kommentare tauchen da auch plötzlich auf. Deswegen heißt ja auch das Hytera mittlerweile Bohnensack. Ein Shiny Rai Quaser. Das können wir doch machen. Nehmen wir das Glücksshiny. Obwohl, das ist von Supersani getauscht. Wir nehmen mal das Glücksshiny und nennen das jetzt einfach Chill Boris. Da freut er sich bestimmt. Ist ja nicht nur Max Out Monday, sind ja auch Zuschauerwünsche. Deswegen packen wir die Sachen jetzt einfach auch mit rein. Wer da fleißig guckt und kommentiert, der wird auch belohnt. Und ansonsten waren das sogar alle Kommentare. Chill Boris hat also genau den letzten gehabt. Ja, die 50er Sammlung wächst. Finde ich auf jeden Fall genial. Und wir beenden die Folge mit diesem Chill Boris. Macht ihr wieder Kommentare. Welche Pokémon habt ihr zuletzt gemaxed? Welche Pokémon soll ich mal maxen? Oder was sind eure Lieblings-Pokémon, wenn ich ein 100%iges habe? Und genügend XL von diesem. Dann werde ich das hier maxen. Und dann nehme ich die Sammlung zu. Ist immer wieder interessant, wer es rein schafft und wer nicht. Heute hat es gut geklappt. Alle vier ersten Kommentare gingen direkt durch. Wir haben auch schon gehabt, dass wir 10 Kommentare hatten. Und nichts dabei war, weil die XL gefehlt haben. Oder weil schon alles gemaxed war. Diesmal flüssiges Durchkommen. Ziel erreicht. Nächstes Ziel gibt es eigentlich nicht. Jetzt kommen zwei Wochen Kabukime. Ist das erste Mal da, kann ich scheinlich sein. Also da werde ich nur die zwei freien Pässe jeden Tag spielen. Außer in der Raid Mania. Da könnt ihr natürlich einladen. Und wenn da ein Hunderter kommt, kommt ein Hunderter. Aber da werde ich jetzt nicht exzessiv drauf gehen und suchten. Ansonsten war es das. Ich freue mich schon auf Hannes gleich. Heute Abend trotzdem eine Chill mit Ramses Folge. Also ein Stream zusammen mit Hannes vielleicht. Mal gucken, wie lange wir da machen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses. Wo geht's hier leise? Deine Aufnahme beenden.